Es ist Hereford. Mag ich sehr die Karte. Und damit hallo einerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Bombe und Angriff. Puh. Genau. Sturmgewehr. Bleib ich dabei. Wir haben Fuse, wir haben Temid. Das ist super. Was ich mich gerade frage. Wenn das Duell lautet Spezialfähigkeit von Jäger gegen Thatcher, dann müsste Jäger gewinnen, weil die EMP-Granate geht ja erst hoch, wenn sie in einem Raum liegt. Nach einer gewissen Zeit. Bis dahin hat es das Verteidigungssystem zugeschlagen, ne? Sonst muss man halt auf eine Außenwand schießen und hoffen, dass da gerade was ist. Ich gebe bei der Garage rein. Hier war ja irgendwo ein Loch, ne? Ach komm, hier war doch ein Loch. Hier. So, hier wäre eine Bombe und da oben. Ne, hier hinten war das. Über zwei Ebenen, aber hier ist niemand. Okay, die sind ganz oben. Könnte schwierig werden, wenn sie Störsendermann haben. Ne. Ne. Oh Gott, was hänge ich denn da? Okay, wir wissen schon, wo wir hin müssen. Wo geht der denn hin? Schnell, komm. Versteckt. Ich hab mich genau hingeguckt. Mal gucken, ob die andere Kamera... Nicht umdrehen. Achso, wegen des Entschärfers. Ich dachte, die wollten mich jetzt umbringen, weil ich die andere Kamera wie sie habe. Guckt ihr, haben das ein Fenster? Ich hoffe nicht. Das ist meiner. Schießt der gleich. Ah, Termit. Termit. Okay, Termit macht er auf. Sprengladung scharf gemacht. Na, wir haben Fuse. Ich will eigentlich nicht sofort alles aufmachen, weil dann hat er ja gar nichts mehr. Ah, geh weg. Hm, was mach ich denn jetzt? Ich geh jetzt mir hier hin. Feind draußen entdeckt. Ah. Fühl mich gerade nicht wohl bei der Position. Ich will mal gucken, ob bei mir jemand ist. Da ist schon offen. Das war Termit. Hä, wo bin ich denn? Ach, da hinten. Hallo, Frau Grabschfrau. Frau Grabschfrau. Was sagt denn sowas? Ah. Feindscan assist. Grabschfrau ist gerade im Moment umgekommen. Wahrscheinlich, als sie da... ...die Treppe hoch ist. Da ist ja was zum Aufmachen. So, hier hat... ...hat Capcan & Core zugemacht. Alles sauber hier. Das war ich aber nicht. Müsste eigentlich der Hammermann sagen. Klopf, klopf. So. Hier ist eine Kamera. Jep. Und die sieht schon eine Kamera. Da hinten ist eine Capcan-Mine. Das ist eigentlich auch meine Verteidigung hier. Oh Gott. Ah ja, vor meiner Linsen ist auch was. Hm. Ich hab das schon angenommen. Deswegen hab ich gleich die Waffe hochgezogen. Schade. Der hat die Kamera bedient, oder? Ah, ich hab geschossen, ja. Aber es kam bei ihm nichts an, weil er sich noch bewegt hat. Bleib Arsch. Der steht wie Angewurzelter. Der hockt da, wo ich rein bin. Geht wahrscheinlich gleich mal kurz raus. Hm. Kommt der da wieder raus? Oder bleibt er jetzt da drin? Oder ist der schon wieder längst wo raus? Und dann müsste der sich ja aufmachen, weil der ist ja alles mit Spanplatten verkleidet. Okay. Ich bleib mal hier, wenn der wieder hochrennen will. Feind draußen entdeckt. Ah, da ist er ja. Guck mal, da ist er. Er kommt hoch. Achtung, Leute, er kommt hoch. Nochmal kommt. Jawoll. Hahaha. Eliminierungsassistenz. Ah, ich hab mir doch angeschossen. Gott. Find ich gut. Ich hab ihn markiert und das hat ihm auch geholfen. Oder war es IQ? Lila Waffe. Ähm. Störsinnermann kann ja doch recht hilfreich sein. Ja, nehme ich. Castle wird wieder genommen. Den gibt's doch gar nicht mehr, oder? Zumindest ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden, der Herr Marcel da ist. Der von zwei. Ach, der Whisky-Burger ist immer noch da. Der hat sich gehalten über die Runden. Da war er auch schon auf Kanal noch dabei. Noch dabei war er das erste Mal dabei. Auf jeden Fall war er in der letzten Runde auf Kanal dabei. Die Bomben schützen. Ah, super. Ja, nicht hier am Weg rumeiern. Schnell. Ich muss zur anderen Seite. Ja, ja. Macht das euch. Hm. Hier kann man noch drüber springen. Das war blöd platziert. In den zweiten gleich hinterher. Geht nicht. Scheiße. Ah, dann pfeife ich auf die Entfernung zur Tür. Haben wir Jäger? Mist, wir haben nicht Jäger. Hm. Okay, hier muss ich beide anwenden. In Ordnung bekomme ich Punkte für. Ja, ist klar. Aber schön, dass ihr auch mitdenkt. Der Stehsender findet fleißig. Gucke ich mal, ob ich ernten kann. Guck mal. Ertscheid einfach. Da ist verströmt. Da ist eine Kapkanine. Hm, will ich jetzt nicht... Ah, doch, aufmachen. Na, wobei. Nee, lass ich... Na, wobei, dann wenn es platzt, ist blöd. Wenn die es aufsprengen. Weil dann ist die Mine, der Stehsender und die Fußmatte kaputt. Ah, hier ist zu, ist ja der blöd. Hier darf nichts zu sein. Wir müssen zu anderen Bomben rennen können. Leute, Leute. Ich hab oben aufgemacht, damit sie unten die Matte nicht sehen können, wenn sie da in den bestimmten Winkel reingucken. Hier will noch was hin. Damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. So, dann hätte ich noch einen. Hm. Hm. Fuse macht schon was. Nee, doch nicht. Dann war das bloß so fused klingend. Alles offen. Oh. Scheiß Ecke. Zum... Zu verteidigen. Fliegt das? Ja, aber... War nicht gefährlich. Hier bin ich schon mal gestorben. Ich muss weiter nach hinten, damit ich auch oben... Wenn jemand oben am Fenster hängt, das sehe. Oh, der schlägt mich hin. Ah, ist auch blöd. Dann kann man mich trotzdem sehen. Ach, von hinten? Ach, wieder oben. Der Gleis ist ganz hinten. Aber die Anzahl kam wieder von hinten. Ach, nö, oder? Oh, schießt er durch das Reststück Holz. Fluss macht er kaputt. Da, da ist Schildsträger. Oh. Puh. Super. Kamerafrau. Vier gegen ein. Wird schwierig für die Gegner. Ja, das Fenster ist ziemlich kacke. Ich kriege das nie gebacken, da zu verteidigen, wenn... Die, die lange Sicht da drauf haben. Zumal ich bloß das einfache Visier hatte. Äh, du, Kamerafrau. Frechheit. Au. IQ. Au. Das ist der Angriff. Letzter Schlag. Passend dazu. Hammermann. Ich bin wieder einer, der noch nichts umgebracht hat. Der, der aber schon zweimal gestorben ist. Und einmal den Smoke. Eliminierungsassistiert hat. Da haben wir der Garage. Jetzt weiß ich, wo das Loch ist. Da gehe ich hin. Mal gucken, wenn sie im Keller sind. Wird schwierig. Na, die sind hier nebenan, ja? Hier links. Ah, sie... Ah, Feindgescannt, Kapschfrau. Hier findet die mich nie. Die sind auf jeden Fall weiter oben. Entweder ganz oben, oder... Oh, vorletzten Stock. Wenn die hier reinguckt. Ah, Capcom. Da wird gleich was vorbeiflitzen. Oder hinter mir. Eine Sekunde noch. So, das ist meine. Um die andere Kamera kümmern sich die anderen. Hoffe ich. Ich habe den Entschärfer. Ah, Capcom. Verschanz dich, oder? Ne, Kapschfrau. Die Kapschfrau. So, Kapschfrau. Ich such dich. Aber ich stehe auf der anderen Seite. Ich gehe zur Kapschfrau. Ich habe den Hammer. Ich komme da womöglich gut rein. Bin mal gespannt, wer das Duell gewinnt. Ich glaube sie. Aber, mal gucken. Hat sich doch keiner drum gekümmert. Da macht jemand auf. So, wo bin ich jetzt? Hä, ich muss in die Richtung? Höhöhöhöh. Fius macht da was? Ah, wie ich mich nach vorne arbeite. Hey. So, oh. Gut, dass ich es gesehen habe. Kacke. Nein. So, wo ist die Tante? Hier ist schon offen. Hier ist so. Fünf noch. Ah, die ist ja wohl raus. Wenn die mich bloß verletzen, dann ich meine Leute gewissermaßen verrate. Ey, das wäre richtig doof. Ist da ja. Ja, im Keller. Kapschfrau im Keller. Kann die von hinter mir kommen? Nee. Kommt die jetzt hier rein? Ich will mich jetzt hier nicht hinlegen und die suchen. Weil die da lang kann, ohne Lärm zu machen. Hm. 1,54 noch. Dann gehe ich lieber auf die Distanz bei der Frau. Hier ist auch noch eine Kamera. Hallo, Kamera. Nein! Das will ich einfach nicht. Das finde ich so kacke, wenn ich dann verletzt rumlege und die Kapschfrau kommt. Ach komm, lass es doch. Geh weg. Ich mag dich zwar vielleicht, aber geh weg. Warum machen die das so spannend? Die liegen doch nicht am Rückstand. Jetzt liegen sie sogar vorne. Bestimmt hat meiner, meinen Verrat, den letzten verraten. Diese Kapschfrau. Dass die eine aber immer bloß verletzt schießt, das ist so oft der Fall. Das ist echt doof. Ist das auch noch eine Spezialfähigkeit? Ah, wobei. Jäger. Hat die eine besondere Gabe, dass die ihre Opfer auch immer im Schuss-Duell verletzt schießt? Ich weiß es nicht. Noch führen wir. Aber das sind einfach die Geschichten, die dieses Spiel schreibt. Man muss sich gewissermaßen auch reinfinden können in die Charaktere oder da einfach Verbindungen aufbauen. Ich meine, das habe ich gemacht und ich fühle mich da sehr wohl. Jetzt sind die hier bei der Garage. Wir bei der Garage. Kamera aufbauen. Dann könnte oben jemand durchfusen. Generell ist das bloß ziemlich dünnes Zeug da oben. Dann einmal hier hin. Und einmal hier hin. Kamera läuft schon umher. Einmal da hinten. Oh. Könnte ich jetzt nicht machen sollen. Ich bleib still. Stehen. Guck mal, so macht man das. Tja, was jetzt? Wohin genau? Da ist auch kein Fenster. Kurz. Aber hier ist Pappe. Der Gegner hat eine Woche lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ich bloziere einer Weiß. Ich habe Schnacheldraht. Ich habe Schnacheldraht. Ist der nicht ganz in die Tür? Die Grabschfrau haben wir. Ich höre sie doch wieder. Ne, das ist nicht die Grabschfrau. Okay. Hinter mir ist kein Fenster. Das ist gut. Ich könnte mir oben das Fenster aufmachen. Da ist eine Kamera. Da. Oh, super. Rausgeworfen. Hat die Kamera gefunden. Ne, war eine Außenkamera. Aber wobei. Hat die Kamerafrau drei oder vier Kameras? Ich glaube vier, ne? Herzschlagsensor. Hier oben ist ja auch schon unser Herzschlagmann. Deswegen sollte ich eigentlich nicht hier sein. Ne. Das weiß ich. Das geht schief. Das macht er, glaube ich, auf. Hier bin ich auch blödplatziert. Dann lieber hier. Jetzt macht er das auf. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn der stirbt und alle Fenster offen sind, um mich umzubringen, dann ist das nicht schön. AVS hat gegriffen. Das finde ich schon mal schön. Da ist eine Kamera rein, oder? Hier rausguckt. Auf die Entfernung, so leichtes Ziel. Die sind an der Garage. Komm, komm. Ich will treffen. Scheiße, jetzt muss ich weg. Scheiße, Mann. Wie schlecht war das denn? Selbst umgebracht. Hm? Was? Wo? Wo wurde jetzt aufgemacht? Das war wie auf dem Pappteller serviert denn ich habe es nicht geschafft. Na, hier ist ja offen, stimmt ja. Kackscheiß. 1,25. Nicht viel Zeit. Sieht schon mal gut aus. Ich werde jetzt nichts überstürzen. Bloß mal kurz zeigen. Hier, ich bin da. Schieß mal kurz. Wenn ich Pech habe, genau Kopf treffe und weg. Ich würde hier oben reingehen. So weit oben, wie es geht. Wenn ich jetzt, der letzte wäre, ich würde ganz oben rein. Tot. Gewonnen. Die Grabsch... Herzschlag, Mann. Ach, der. Oh Mann, das kannst du auch so leicht verlieren als Verteidiger. Aber gewonnen ist gewonnen. Auch wenn ich niemanden umgebracht habe. Genau. Aber ich habe mit meiner Ausrüstung auch zum Erfolg beigetragen. Hat Kamerafrau in den Schornstein geguckt. Sieht ja schlimm aus. Naja. Zehnen-Eliminierung. Starkes Stück. Naja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss. 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 Tschüss.